Ich mache so müde, obwohl man nichts macht. Man hat hier ein Trümelchen und... Das Ding ist eben, du musst... Du musst immer in Konzentration. Ja, einfach auf... Das ist wie Fernsehen. Wartest du acht Stunden, und dann bist du tot müde. Jetzt so nach einem drei Wochen Studio, wo wir einfach täglich hier drin sind, und uns abrackern und alles geben, ist mir schlussendlich einfach ausgequetscht. Also, das Album wird sehr farbig und darum bin ich jetzt einfach grau. Ich bin wie so ausdrückt. Wie so eine Senftaube, nachdem man sehr wohl angegessen hat und so. Weisst du, ich meine es auch. Ich glaube, die Leute können sich freuen auf ein erwachsene Album, das alle Farben, möglichst alle Farben drin hat, die das Leben so bietet. Das sage ich an jedem Album, also probieren Text aus dem Leben zu schreiben, und das ist nicht anders. Jetzt haben wir einfach musikalisch aufgestockt und das Gefühl gehabt, hey, jetzt lassen wir einfach mal alles raus. So. Und das werden wir auch live in den Spiegel. Also, wir haben verdammt Bock, um wirklich gute, gute Live-Musik zu machen, wo die Leute abschalten können und abtanzen und mitzwingen. Und auch, um einfach die Musik zu geniessen und es sich finden zu lassen und zu wirken. die Musik zu machen. So. Also, wir haben die Musik zu machen. So. 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 So.